Was? Was? Fuck man! Fuck man! Wir kommen bei B, das ist ja gut. Jedes Mal so scheiße knapp. Hier hinten kommt jemand. Hier war doch gerade jemand. Hier steht aber ein leeres LEV. Ne, jetzt ist es nicht mehr leer. Nicht getroffen? Ist ja enttäuschend. Mann sind da viele Jungs. Machen wir erstmal einen auf den hier. Wo seid ihr denn? Hä? Hä? Die sind hier unten drin. Oder... Wo sind die? Ah... Hey... Ah... Hey... So eine Scheiße. Penner. Momentan... Sind wir gar nicht so... Ah... Nein... Fuck... Jetzt sitzt keiner bei ihnen. Hier gibt es ein anderes Fahrzeug. Und hier gibt es kein anderes... Fuck! Was ist denn hier los? Hör mal... Hör mal... Die Russen haben doch so viel Kriegsgerät normalerweise. Wo ist denn der ganze Shit? Wie, jetzt steigt da jemand in den Heli. Wie, da steigt jetzt jemand in den Heli. Wie, da steigt jetzt jemand in den Heli. Wie, da steigt jetzt jemand in den Heli. Na gut. Ist mir egal. Hier holen sie mich eh nur raus. Steht bei F denn eventuell ein Heli. Hier steht tatsächlich ein Heli. Das lassen die dann nämlich meistens stehen. Und das ist ganz schön blöd. Jungs... Das ist... Ist Fidel Castro gerade gestorben? Wieso ist Fidel Castro gerade gestorben? So, jetzt ist Fidel Castro wieder bei mir drin. Das ist gut. Ah, Flugabwehr. Ist euch mal aufgefallen, dass in Flugabwehren... Meistens so Menschen drin sitzen, die bei sich in der Base rumhocken den ganzen Tag. Das ist oftmals so. Das sind kleine Feiglinge. Wobei jetzt natürlich gerade auch nicht rauskommen kann. Weil ich ihn ansonsten wegballer. Aber hier ist ja irgendwo noch ein Gegnermensch. Was ist denn hier los? Der hockt doch bestimmt dahinter. Boah, diese Löcher, dass man sich darin echt fast festfahren kann. Das ist auch nicht, äh... Wie sich das jemand ausgedacht hat, behaupte ich einfach mal. Wo ist denn der? Ja. Wisst ihr was? Das ist euer Levi. Da verpisse ich mich einfach mal kurz. Weil... So haben wir einen Levi mehr als ihr. Und dann könnt ihr von mir aus da den Punkt mal kurz haben. Das ist mir relativ latte. So. Nehmen wir stattdessen einfach mal E-Mail ein. Sehr gut. Moment. Hahaha. Nope. Lass die doch nicht so krass bemerkbar machen da hinten auf dem... Oh. Nein! Diese Löcher, alter. Ich hab immer sehr viel Angst, dass ich mich hier richtig festfahre. Mann, ich will doch einfach nur zu dem Tank da, ey. Geht doch. Ah, ist schon down. Voll ins Gesicht geschossen. Warst du allein? Du warst anscheinend allein. Da oben noch hockt aber noch jemand rum. Hier irgendwo. Was ist denn jetzt los? Dass ich die Leute nicht treffe, ey. Aber wenn sonst... Ah, hier, warte mal. Hier ist doch dieser LKW. Genau, der ist nämlich wieder eingestiegen. Nein! Wo ist der Fußgänger? Hier war doch gerade noch Fußgänger. Da oben steht wieder die Flugabwehr. Naja, wir brauchen nicht mehr viel, ey. Dann sind wir down. Das ist keine Flugabwehr. Aber das war eine Mine oder sowas. Oh, oh, oh. Von wo kam das? Abnahrung! Bräscher, Bräscher, Soldat! Fuck! Alter! Mann! Oh! Geh weg, geh weg, geh weg! Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Was? 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 Ist er down? Nee. Jetzt aber. Fuck! Da ist noch jemand! Da ist noch jemand! Ey, pick up! Das einfach nicht! Ey, ich muss schon sagen, hier, die Map, die macht echt Spaß als... äh... In... 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 Weil mit dem, äh... Hi, Jungs. Na? Was geht? Schießt hier? Ah. War nicht. Tot. Hier war noch jemand irgendwo. Und zwar hier irgendwo, oder? Hat mich von da nicht auch noch jemand erschossen? Äh, beschossen. Oh. Platz hier. Das war nett. Da hinten ist die Flugabwehr. Soweit ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Ähm. Ich hätte schwören können, die hat die Flugabwehr geschossen. Was schon down? Beide Helis haben sich im Kreis gedreht. Das war ja auch lustig. Willst du mitkommen, mein Freund? Japp. Warte mal. Ich hätte schwören können, ich habe gerade irgendwie eine RPG oder sowas gehört. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Oha. Das war knapp, mein Freund. Wobei, das ist unseres, ne? Ne, das ist nicht unseres. Das war nicht, wenn... Das war. Was ist es? Du hast es nicht! Tofeed! Oha. Bis weit! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Oh, da ist die Glückabwehr. Oh, fuck. Fuck. Da wollte ich gerade noch zur Seite hüpfen, ey. So ein Scheiß. Naja, was soll's. Oh. Ja, ja. Komm, lass mal. Oh, da ist noch jemand. Alter. Schon wieder die Flugabwehr? Ne, Heli. Wo ist er? Da. Nein. Hüpf. Nein. Verdammte Axt. Dass da immer noch jemand ist, ey. Immer ist da noch jemand. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso töte ich so viele Leute heute? In dieser Runde. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Voll der Killer bin ich. Was ist hier oben los? Nix oder was? Ah, da unten. Fuck. Damit nicht wieder der Depp, der hier zuerst erschossen wird, ey. So ein Pech aber auch. Jo, Jungs. Das war jetzt nicht so geil, was ihr da gemacht habt. Weil ich es ja auch nicht besser gemacht habe. Ich gebe es ja zu, Mann. Ihr müsst nicht direkt wieder... Anfangen rum zu flamen. So, hier ist niemand mehr sonst. Das ist gut. Gibt es hier ein Quotti? Hier ist ein Quotti. Hahaha. Alles gut, wie es aussieht? Nicht mal weg. Ha? See you, Bitches. Uah. Oh, Mann. Ich habe immer sehr viel Angst. Also, das ist echte Angst, ja. Ich bin total am schwitzen hier. Was? Fuck, Mann. Fuck, Mann. Ey, in dieser Runde passieren so viele komische Dinge. Ich verstehe es ja nicht ganz. Komm, schaffe ich noch, schaffe ich noch? Nein. Fuck. War das klar, ey. Und noch ein Fußgänger, ey. What the fuck? Wie viele Leute... Direkt neben mir steht noch einer, ey. Ihr hättet auf die Minimap geguckt, der hättet auch gesehen, ey. Ja, ich kann nicht gleichzeitig zielen und auf die Minimap gucken, ey. Ey. Ich möchte noch jemanden töten in den letzten 21... Eeeeeee, Kürze. Oh, dass die Mp-Racks immer so 50... Da, 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 da unten braucht, Um anzufangen zu schießen. Ist der oben oder unten? Ist der oben oder unten? Haaa. Fuck. Naja, ich habe noch jemanden getötet. Ich bin Platz 2 mit 38 zu 17. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber das war schön. Das war schön. Das war echt schön. Mann, war das schön, ey. Meine Fresse, ey. Das war schön. Haben wir auch noch einen Rang gemacht. Direkt am Anfang, ja. Ich erinnere mich. Ist schon so lange her, irgendwie. Ein paar Pünktchen mit allem, ey. Das ist echt... Mann, hier gibt es ordentlich Punkte. Noch doppelte XP jetzt momentan, ey. Das ist der Wahnsinn. Rang 51 sind wir. 51? Kriegt man jetzt mit jedem Rang ein Battlepack? Kann nicht sein. Wir haben ja neue, wa? 71.000 Punkte, ey. Hätte ich jetzt mal noch einen Boost angemacht. Meine Fresse. 71.000 Punkte, ey. Das ist ja mal nicht zu fassen. Das ist einfach nicht zu fassen. Wie auch immer, es war schön. Es war echt schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen oder übermorgen oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann und tschüss. Das ist ja noch nicht. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.